Untertitelung des ZDF für funk, 2017 spätestens jetzt müssten wir Ton haben. Kannst du noch mal flitzen? Danke. Ja, eine kurze Info aus der Übersetzerkabine. Wir haben momentan noch keinen Ton, noch kein Original-Audio. Ich werde trotzdem schon mal ankündigen, dies wird gleich, hoffentlich, wenn alles klappt, die deutsche Übersetzung zu Science for Future. Gehalten von Lucaro. Escarina. Und Godwin. Und wir hoffen, dass wir jetzt gleich Ton haben, wir sind ja leider nicht mit der Bewegung von Schülern und Leuten bei Fridays for Future und sie wurden gefragt, hey, wir wollen eine Zukunft, wir wollen, dass sich Dinge verändern. Und sie haben die Politik, von der Politik verlangt, sich zu ändern. Es hat sich noch nicht viel getan, aber es wurde infrage gestellt und professionelle Politiker haben gesagt, hey, wir müssen uns den Profis überlassen. Und das ist der Punkt, wo viele Wissenschaftler, also wirklich viele Wissenschaftler, die ich kenne, die waren total wütend und haben gesagt, wir machen hier Wissenschaft, wir machen Forschung und für so viele, schon seit so vielen Jahren. und ich weiß nicht, ob ihr schon Präsentationen gesehen habt, aber wie viel Mühe wir da reinstecken und diese Nachforschung, um sie besser und besser und besser und bessere Modelle zu entwickeln. Und trotzdem sagen sie, wir sollen das den Profis überlassen. Und wir wollen zeigen, dass diese Präsentation über die Ergebnisse ist und dass sich immer noch nichts ändert. Also sie schreiben Paper und machen Veröffentlichungen, aber es passiert einfach nichts. Und die einzigen Sachen, die wir sagen können, ist, ja, sie haben recht, Dinge müssen sich verändern. Und das ist, warum wir hier zusammengekommen sind und diese Vereinigung gegründet haben. Es gibt eine Charta, die im Prinzip sagt, oder die sagt, was wir im Prinzip tun, wir sollen, wir gehen raus und wollen Leute informieren über die aktuelle Wissenschaft, über die aktuelle Forschung informieren und wie die Situation momentan ist. Und das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Das ist genau das, was wir auch hier tun, wir gehen raus, egal wohin ihr seid und ihr könnt auch zu uns kommen und auch mit Fragen nach Präsentationen, nach Vorträgen, nach Podiumsdiskussionen, um Informationen über dieses Topic, über dieses Thema zu bekommen und was dieses Klimawandelproblem überhaupt bedeutet. Und jetzt noch einen kurzen Disclaimer, ich kann euch schon jetzt sagen, das ist kein Talk, der gute Stimmung verbreitet. ist ein bisschen anders, als ich es sonst tun würde, also am Ende wird es ein bisschen besser aussehen als am Anfang, aber wo sind wir im Moment? Das ist ein aktueller Graph und das ist Nachforschung, die nicht nur ich gemacht habe, sondern auch von IPCC- Veröffentlichungen, das ist der IPCC-Report vom letzten Jahr, der 1,5-Grad-Report, der im Prinzip zusammengestellt wurde, weil, ja, es gab eine Übereinkunft in 2015, da wurde gesagt, ja, wir sollten, oder die Welt, die Regierungen der Welt wollen den Klimawandel oder die Temperaturerhöhung weit unter 2 Grad so weit wie möglich nach 1,5, also unter 1,5 Grad halten und wir haben uns die Frage gestellt, können wir das überhaupt erreichen und was müssten wir tun, um das zu erreichen und deshalb gab es viele Fragen zu diesem Thema und viel Nachforschung. Eine riesige Zahl an Publikationen wurde veröffentlicht und die die Frage gestellt haben, was bedeutet das, wenn wir eine 1,5-Grad- Erwärmung haben oder eben eine 2-Grad- Erwärmung haben und ob es überhaupt möglich ist, den Klimawandel so zu beschränken zu diesen Temperaturen zum jetzigen Zeitpunkt und das ist der aktuelle Stand und ich liebe diese Grafik, weil sie viele, viele Aussagen enthält und auch sagt, worüber wir sprechen. Also wir haben eine präindustrielle Ära, die wir als Referenz verwenden, das ist die Zeitskala von 1860 bis 1900, wo wir sagen, das sind die präindustriellen Temperaturen und die Veränderungen danach beziehen sich immer darauf und die 1,5 Grad beziehen sich als Unterschied auf diese präindustrielle Ära und Klimawandel ist natürlich nicht immer konstant, man hat jedes Jahr ist es ein bisschen wärmer, vielleicht ein bisschen kälter, also was man machen muss, ist ein Durchschnitt bilden und das ist sehr wichtig, weil als Beispiel, hier ist ein Jahr genau, 1989, 1998 war ein sehr warmes Jahr und danach gab es für eine Zeit gab es gar nicht mehr so warme Jahre und die Leute haben wieder gesagt, ach ja, die Temperatur ändert sich nicht mehr, also alles ist gut. Nein, das ist natürlich nicht richtig. Man muss sich eben an Durchschnitte orientieren und über längere Zeit träumen. Das ist der sogenannte Floating Average, also ein fließender Durchschnitt, der uns eine Annäherung an die aktuelle Klimaerwärmung gibt und eine typische Periode wären vielleicht 20 Jahre, aber das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass der Wandel ist so schnell, dass wenn man jetzt 20 Jahre anschauen würde, würde man schon viel zu weit zurückgehen, da wäre viel zu viel verändert, also die Unterschiede werden viel zu groß. Deshalb sind die letzten, in diesem Report sind die letzten Werte aus der 2006 bis 2015 Periode, also nur neun Jahre, einfach weil die Veränderungen so schnell sind, dass sie dies erfordern und die haben dazu geführt, dass wir schon eine globale Erwärmung von einem Grad erreicht haben. Es kann natürlich sich auch von Ort zu Ort unterscheiden, es gibt bestimmt Bereiche, in denen es wärmer ist und Bereiche, in denen es kälter ist, aber es ist der globale Durchschnitt. Also hier sind wir jetzt, wir haben eine Erhöhung von 280 ppm im Vergleich zu präindustriellen Zeiten, geht immer ein bisschen hoch und runter, aber jetzt in 2019 waren es 410 ppm. Wir haben einen relativ großen Anstieg an Temperatur, besonders in den Arktis und das momentane, wir sind momentan 40 Gigatonnen über, haben wir CO2 über, das war also der Durchschnitt von 2011 bis 2017. Also hier jetzt gehen wir direkt in den IPCC Report, hier gibt es diese Tabelle, ich liebe diese Tabelle, die enthält ganz viel wissenschaftliche Daten, weil sie sich anschaut, wie viel wir tatsächlich weiter ausstoßen können, um welchen Temperaturunterschied zu erreichen. Also hier sieht man einmal 1,5 Grad, 2 Grad und dann hat man noch Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich man das verhindern kann oder wie wahrscheinlich das passiert. Also wenn man jetzt mit 2 Sigma, also ungefähr 67% Wahrscheinlichkeit, verhindern möchte, dass man über 1,5 Grad kommt, also muss man unter 420, also können wir nur noch 420 Gigatonnen CO2 verbrauchen. Also wenn ihr euch erinnert, das waren jetzt 40 Gigatonnen pro Jahr hatten wir jetzt. Das hier, dieser Wert ist eigentlich von 2017, also seitdem sind schon zwei Jahre vergangen und dieser Wert ist seitdem runtergegangen. Wenn man jetzt nur 50% Wahrscheinlichkeit möchte, dann kann man etwas mehr ausstoßen und wenn man jetzt eine größere Chance haben möchte, muss man das anpassen. Für 2 Grad maximal kann man deutlich mehr ausstoßen. Es gibt sehr viele Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Eine davon ist die sogenannte Erdsystemfeedback oder Antwort, also die Antwort des Erdsystems. Weil es da gibt es auch einfach einen Langzeit-Impact. Und es gibt einfach sehr viele Unsicherheiten, das war auch Teil vorheriger Talks. Diese kleinen Modelle haben einfach große Unsicherheiten. Aber wenn wir jetzt das alles mit einberechnen und sagen, wir wollen unter 1,5 Grad bleiben, mit einer Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit, also das nennen sie dann wahrscheinlich, also es ist dann wahrscheinlich, dass man nicht über 1,5 Grad Temperaturanstieg kommt, dann können wir nur 100 Gigatonnen CO2, äh, 420 Gigatonnen ausstoßen. Und 100 Gigatonnen werden von der Erdantwort sozusagen ausgestoßen. Okay, unsere Emissionen sind also 420 Gigatonnen. Die Kohlekraftwerke, die jetzt heute laufen, planen, stoßen weitere 40 Gigatonnen aus. Also 200 Gigatonnen sind einfach verplant. Und weitere 100 bis 150 Gigatonnen stecken in bereits geplanten Kohlekraftwerken oder welchen, die bereits in Konstruktion sind. Das sind dann insgesamt 420 Gigatonnen. Und natürlich ist das einer der Gründe, warum wir Kohlekraftwerke ausschalten sollten. Aber sie sind halt eine Quelle von CO2-Emissionen, die wir haben. Um das klarzumachen, was das bedeutet und wo es jetzt hingeht, ist 1,5 Grad Unterschied bis 2 Grad. Was bedeutet das? Es gab hier eine Menge Research, eine Menge Forschung. Das erste ist, oder das erste Beispiel ist in der Arktik. Es gab sehr viele Beiträge zum Thema Eisbären. Natürlich geht es jetzt nicht nur um die Eisbären. Es ist wichtig, dass es Eis in der Antarktis gibt. Denn das Eis reflektiert die Sonne. Und je weniger Reflektionen wir haben, desto mehr Wärme wird durch die Erdatmosphäre eingefangen. Es gibt also hier ein Feedback-System. Natürlich auch, es geht nicht nur um die Eisbären, es gibt auch die ganze Biosphäre, die irgendwie hier überleben muss. Und die Wahrscheinlichkeit einer eisfreien Arktis ist dieser Graph, der vergleicht 1,5 Grad, also es gibt hier die eine Studie mit der gestrichelten Linie, mit der durchgezogenen Linie, und die mit 2 Grad. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer bestimmten Zeitspanne die Arktis eisfrei wird. Und wie Sie sehen, ist es wahrscheinlich, bei 1,5 Grad Erwärmung innerhalb von 45 Jahren eine eisfreie Arktis zu bekommen. Es ist durchaus möglich mit dieser Zunahme, also in 45 Jahren. Gehen wir zu einer 2 Grad Zunahme, dann ist es wahrscheinlich, je nach Studie, dass wir in 5 bis 10 Jahren eine eisfreie Arktis haben. Jetzt ging es bisher um Eis und die Arktis, da wohnen nicht so viele Leute, es gibt natürlich auch andere Studien, zum Beispiel hier die Bedingungen in Afrika. Ich muss mich kurz halten, ich könnte Stunden reden. Also wollen wir bloß dieses Beispiel hier ausführen, extreme Hitze in Afrika, extreme Hitzetemperaturen. 2009, 2010, von Dezember bis Februar gab es diese Hitzewellen. Das sind Temperaturen, wo Menschen nicht mehr außen sein können, weil es einfach zu heiß ist. Und dann haben wir hier diese Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionen, die zeigen, wie oft jede dieser Stufen zeigt, wie oft das Zutrifft passiert. Der momentane Status ist die Temperatur von 2006 bis 2016, das ist der Status quo. Und jetzt gibt es bereits eine Zunahme der Temperaturen. Unter diesen Bedingungen werden wohl zweimal in 100 Jahren diese Hitzeereignisse treffen. Wenn wir uns die blaue Kurve angucken, passiert das jedes dritte Jahr. Bei zwei Grad Zunahme passiert das noch häufiger. Also Menschen, die dort wohnen, für die ist es hart, einfach dort zu wohnen. Wenn wir uns Australien anschauen als Beispiel, dann haben wir die gleiche Entwicklung, es sind immer die gleichen Kurven, extreme Hitzetemperaturen. Also das war klar. Aber was auch für Australien wichtig ist, ist die Wassertemperatur wegen den Korallen, die dort leben. Also warme, hohe Wassertemperaturen führen zum Ausbleichen der Korallen. Natürlich ist die Temperatur nicht jedes Jahr die gleiche, aber es gab da diesen heißen Sommer mit entsprechend extremen Korallenausbleichen im Sommer 2012. Ja, und wie häufig das passiert, kann man schon sehen, das wäre die natürliche, also die präindustrielle Ära, wo diese sehr warmen Temperaturen fast gar nicht vorkommen. Aber hier kann man sehen, aktuell ist es jedes dritte Jahr, bei 1,5 Grad Erwärmung wäre es jedes zweite Jahr und bei der 2 Grad Erwärmung wäre es wahrscheinlich sogar zwei aus drei Jahren. Also, ja, das ist ein Beispiel für Europa, wie häufig solche Dinge passieren. Ich erinnere mich ständig an diese Tabelle, weil es gab einen sehr warmen Sommer 2003 und da sind viele Leute auch gestorben an der Hitze. Und ich erinnere mich, dass ich in Köln war damals und ich lag draußen und ich war krank und ich hatte 40 Grad Fieber und es war auch draußen 40 Grad warm, also es war verdammt warm. Das kann passieren, das könnte einmal alle 100 Jahre passieren, aktuell haben wir eine Situation, wo es ungefähr jedes vierte Jahr passiert und das erhöht sich zu über 95 Prozent bei 2 Grad Erwärmung. Also häufiger als jedes zweite Jahr würde das vorkommen, dass die Temperaturen so warm werden, dass da Leute sterben und man nicht mehr rausgehen kann. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu diesen Veröffentlichungen vom IPCC. Die sind ziemlich diplomatisch gehalten, also ziemlich konservativ, ziemlich zurückhaltend. Sie sagen einfach nur, sie hätten Gründe zum Bedenken. Klingt natürlich erstmal schön, aber das hat natürlich Hintergründe, dass sie sich so zurückhalten. In der Zusammenfassung vom IPCC-Report aus 2018 gibt es fünf Gründe für einzigartige bedrohte Systeme wie Korallen, dann extreme Wetterverhältnisse, was auch schon jetzt einen ziemlichen Unterschied macht. Und wärmere Temperaturen, also hier oben sieht man zwei Grad, also zwischen 1,5 und 2 Grad macht einen ziemlichen Unterschied. Also Verteilung von Umweltkatastrophen, das bedeutet im Prinzip, dass die, die am meisten darunter leiden, also unter den Klimabedingungen, haben am wenigsten dazu beigetragen. Weil die Leute, die dazu am meisten beitragen, die leiden da gar nicht so darunter und deshalb werden sie sich auch nicht verändern. Und genau das ist halt ein Problem. Das ist das Problem, warum sie darüber Bedenken haben. Dann, ja, die Summe aller Schäden, die durch den Klimawandel entstehen, das sind im Prinzip Kosten, die da aufsummiert werden. Also die Kosten, die wir haben, um mit den Auswirkungen auszukommen und das wird Billionen kosten, also Billiarden an Dollarn am Ende. Und da ist auch wieder der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad enorm. Jährlich mehrere Billiarden Dollar, um damit auszukommen. Und dann ist es auch nochmal hier die Wahrscheinlichkeit von einzelnen, aber besonders schwerwiegenden Ereignissen, wie zum Beispiel dem Enteisen der Poolkappen. Das ist ziemlich abstrakt, also werden sie jetzt ein bisschen konkreter. Warmwasserkorallen, da haben wir schon jetzt Probleme. Ich werde das gleich nochmal zeigen, aber wir erwarten, dass 90% der Korallen sterben bei 1,5 Grad Erwärmung, also komplett aussterben. Und zwar, das ist sehr wahrscheinlich, also mit ziemlicher Sicherheit. Es ist total wichtig für Leute, die von der See leben, von den Fischerträgen, weil in den Korallen, ja, das ist natürlich die Kinderstuben von vielen Fischen. Und das hat eine ziemliche Auswirkung auf die Fischindustrie und auf die Fischerei und natürlich auch auf das Artensterben. Ja, das ist im Prinzip immer dieselben Geschichten. Da leben einfach viele kleine Fische, die dann aussterben. Die arktischen Bereichen bekommen mehr und mehr zunehmend Probleme mit der Enteisung. Da werde ich später auch nochmal drauf eingehen. Wir werden mehr und mehr Fluten, also Küstenregionen geflutet haben. Also angefangen bei Überflutung von Flüssen bis halt Überflutung von Küstenregionen. Und dann natürlich auch eine Steigerung der Todesrate, die auf Hitze zurückzuführen ist. Und hier auch die Auswirkungen auf die Landnutzung. Das ist halt nochmal, das steckt nochmal tiefer in der anderen Skala. Also wir haben jetzt hier eine Skala, die geht von 1 bis 5 Grad, also nicht mehr nur die 2 Grad. Wenn man sich das anschaut, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also die niedrigeren 1,5 und 2 Grad Erwärmung sind auch da drin. Aber die Probleme, die da zu sehen sind, sind halt eben Trockenheit und Trockenheit, also komplett ausgetrocknete Gebiete und halt eben auch Wasserknappheit in trockenen Gebieten und Erosion, also Bodenerosion, Verlust von Vegetation. Also natürlich auch wieder dann da Artensterben. Da werde ich später auch nochmal drauf zurückkommen. Ja, die Schäden durch offene Feuer, also durch riesige Feuerprobleme, wie man momentan ist es Chile und Australien. Vorher war es eher so Kalifornien. Also man sieht es auch jetzt schon überall und das wird nur noch so weitergehen. Das ist kein Zufall, dass das passiert. Die Degardierung von Permafrostgebieten, der Rückgang von tropischen Setzlingen oder von tropischen Arten und das wird natürlich auch dann zu Instabilitäten in der Nahrungsversorgung führen. Also da ist auch jetzt schon ein Unterschied zu merken und auch ein Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad zu merken. Und auch da sind sie nochmal ein bisschen spezifischer und beschreiben nochmal, was sie damit meinen. Also zum Beispiel hier der Schäden durch Wildfeuer, also hier zum Beispiel über 50% Steigerung von Regionen, die in den mediterranen Gegenden abgebrannt werden. Und wenn man zu 4 oder 5 Grad geht, dann erwarten sie über 100 Millionen von Leuten, die da diesen Feuern ausgesetzt sind, also den Lebensgefahren, die damit einhergehen. Was die Instabilitäten in der Nahrungsversorgung angeht, ist, was wir jetzt schon sehen, wir haben halt immer wieder spontane Erhöhungen der Nahrungsmittelkosten, was für uns jetzt nicht mal so schlimm ist, weil wir in der ersten Welt leben, aber für die Leute, die in der dritten Welt leben und wenig Geld haben, für die ist das dann ziemlich schwierig, davon zu leben. Es gibt viele, viele Billionen Leute, die auf der Welt von weniger als 2 Dollar pro Tag leben. Also für diese Leute ist es verdammt wichtig, wie teuer die Nahrungsmittelpreise sind. Wenn wir jetzt weiter an 2 Grad Erhöhung gehen, dann rechnen sie mit Food Shocks, also mit Situationen, wo es kein Nahrungsmittel mehr gibt einfach. Und wenn wir jetzt sogar weitergehen bis 4 oder 5 Grad, dann erwarten sie nachhaltig beeinträchtigte oder nachhaltige Probleme mit der Nahrungsversorgung weltweit, also auf einer globalen Skala. Und das ist schon ziemlich beängstigend. Also, es kommt eben darauf an, welches Szenario wir berechnen, aber da kommen wir noch später dazu. Eine weitere Sache, über die man nachdenken muss, ist, dass wir nicht nur über die Temperatur reden. Wir reden auch über die Ozeane der Welt und die nehmen ganz viel CO2 auf momentan, was wir so ausstoßen. Und damit verringert sich der pH-Wert des Wassers und das verändert die Fische im Wasser, die dann wieder Kohlenstoff und Kalzium produzieren oder dann ändern sich die Konzentrationen, weil sie Kalziumkarbonate bilden. Und wenn das nicht mehr passiert, dann stört das die Presskette im Ozean und das Ganze am Anfang. Und ich habe diese Grafik gefunden und da wurde gesagt, dass man diesen Impact halt hat. Und es gibt einen Punkt, an dem dieser Aufbau bei den Tieren nicht mehr möglich ist, weil die chemischen Reaktionen nicht mehr funktionieren. Das hängt von der Temperatur im Wasser an und vom Druck. Und was man hier auf der rechten Seite sieht, da haben Sie das primär bei den Polregionen beobachtet oder berechnet. Also der Punkt, an dem dieser Punkt die Oberfläche des Ozeans erreicht, ist ab 2030. Dann können Tiere im Ozean und in den Polregionen nicht mehr dieses Kalziumkarbonat aufbauen. Und das wird dann eben einen großen Einfluss auf die Presskette im Ozean haben. Und das ist eben eigentlich ein Kohlenstoffaufnahmesystem. Also die nehmen CO2 auf und sinken zum Grund des Ozeans. Aber wenn das nicht passiert, dann funktioniert diese Art von CO2-Abbau nicht mehr. Okay, hier gehe ich ganz kurz drüber. Das sind alles Dinge, die passieren bei verschiedenen Erwärmungen. Also verschiedene Szenarien, die passieren. Zum Beispiel, wenn hier nur 1,5 Grad Erwärmung oder weniger kommt, dann eben von Erwärmung von 1,5 bis 2 und dann von 2 bis 3 Grad. Da passiert alles Mögliche. Das ist eine relativ große Tabelle in diesem Report. Ihr solltet die lesen. Also die sind wirklich wichtig und die sind wissenschaftlich wirklich gut, diese Paper. Da ist wirklich viel Literatur und die referenzieren sich gegenseitig und zeigen, wie sie diese Berechnungen machen und sagen wirklich, wir sind sicher mit dieser Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt. Also wissenschaftlich sehr fundiert. Also ich werde das alles nicht im Detail machen, aber der Impact passiert in allen möglichen Regionen der Welt. Also zum Beispiel in Südostasien. Da haben sie eben Risiko von erhöhten Fluten, also erhöhtes Risiko von Fluten. Und was ich glaube, dass das Wichtigste ist, oder ist Reduktion von Nahrungsmittelherstellung. Und wenn wir unter 1,5 Grad bleiben, dann wird das hier verhindert. Also dann verhindern wir, dass es ein erhöhtes Risiko von Nahrungsmittelreduktion gibt. Und bei 1,5 bis 2 wird dieses Risiko steigen und nach 2 Grad auch noch mehr. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir auch schon wissen. Zum Beispiel, dass der Meeresspiegel steigt. Und da ist nicht nur das Problem, dass das Meereswasser über Inseln flutet oder so, sondern dass es dann auch mit dem höheren Meeresspiegel geht, das Salzwasser auch in Süßwasserquellen. Und das ist auch schon ein Problem bei 1,5 Grad, dass eben diese Süßwasserquellen durch Salzwasser verunreinigt werden. In den mediterranen Gebieten, also in der Nähe von uns, gibt es ein 9% Risiko von Verringerung von Flusswasser, also es wird auch ein höheres Risiko von Wasserknappheit geben. Es wird weniger Wasser in Flüssen geben und damit eben weniger Trinkwasser. Und auch das steigt natürlich mit mehr zunehmender Hitze. Es gibt dort jetzt schon Probleme mit Wasser für Ernte, für Anbau. Und es wird nur schlimmer. In Westafrika und in Sahel, da wird es 40% weniger Land, Anbauland für Mais geben. Also 40% ist wahnsinnig viel, schon unter 1,5 Grad. Also es erhöht schon das Risiko, dass Leute nicht genug Nahrung bekommen, schon bei unter 1,5 Grad. Und bei über 1,5 Grad wird das Risiko einfach höher. Also es ist schon irgendwie absurd. Es ist einfach nur noch, ich sage, höheres Risiko für Unterernährung. In Südafrika ist das ähnlich, es ist nicht ganz so drastisch. Auch da gibt es schon ein erhöhtes Risiko für Unterernährung und mangelnde Ernährung. Und auch hier wird es schlimmer, je wärmer es wird. In der Tropen ist es auch so, dass es dort extreme Hitzewellen gibt. Also das ist eben eine Tabelle in dem Report mit ganz vielen Details, was alles zu erwarten ist. bei verschiedenen Erhöhungen das der Klimawerte. Also die Wissenschaftler gucken ein verschiedenes an und eine sehr beunruhigende Sache ist, also Klimawandel gab es schon immer. Es gibt so Zyklen, es gibt diese Gletscher, Zwischengletscher Zyklen und es passiert so, sagen wir mal, die Erde wird kälter, Gletscher bilden sich, Sonnenlicht wird reflektiert, dann wird es wieder wärmer und die Gletscher reduzieren sich und diese Zyklen gab es schon immer, aber jetzt haben wir diese normalen Zyklen, diese Kreisläufe verlassen. Das heißt, jetzt sind wir auf einem ganz anderen Pfad, wo wir einfach alles erhitzen und die Erde antwortet eben, indem sie sich weitererhitzt. Und wir sind jetzt auf diesem Pfad und es ist überhaupt nicht so ganz klar, wie man auf diesem anderen Graph sieht, wohin es überhaupt geht. Also man weiß gar nicht, ob die Erde jetzt auf einem Punkt ist, wo sie sich einfach weitererwärmt, selbst wenn wir nicht mehr da sind. Hier auf diesem Grad geht es um die Permafrost-Erwärmung beziehungsweise um die Abschmelzen, die Weicherung von Methanhydraten im Ozean. Es wird geben eine Verringerung der CO2-Ablagerung am Land und im Wasser. Das wird allerdings immer weniger, weil das sich sättigt. Die Regenwälder werden sterben. Wir haben es im letzten Sommer gesehen, dass viele Regenwälder im Amazon-Gebiet brannten. Mit steigenden Temperaturen wird das selbst ohne menschlichen Einfluss noch zunehmen. Hier ein Paper von Steffen und anderen, die schätzen, dass die Regenwälder sich um bis zu 40% reduzieren, weniger werden durch eine Zunahme der Temperatur um anderthalb Grad Celsius. Also wir werden Regenwald verlieren, auf jeden Fall. auch die borealen Wälder werden verschwinden oder werden abnehmen. Also sie sterben nicht einfach, sondern sie brennen zum Beispiel. Es gibt andere Gründe auch. Es wird sehr viel CO2 geben, was hier dann in die Atmosphäre gelangt. Sehr viel CO2, was momentan in diesen Wäldern gespeichert ist. Eis und Schnee werden abnehmen. Also das Albedo nimmt ab. Es gibt weniger Reflexion der Erde in den Weltraum hinein. Und natürlich auch das Eisvolumen. Die Eismenge wird abnehmen in dem Maße, wie das Meerwasser zunimmt. Also es ist ein System, was rückgekoppelt ist. Jedes Ding, was passiert, löst ein neues Ding aus. Manchmal wird das Zirkulation genannt, manchmal geht es da um Meeresströmungen, aber ein Ding, jedes Ding löst das nächste Ding aus und so weiter und so fort. Und wenn das so kommt, dann wird zu einem bestimmten Punkt, wir werden nicht mehr die Möglichkeit haben, als Menschen mit den technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, werden wir nicht die Möglichkeit haben, das noch zu stoppen. Und das ist das, wo die Wissenschaftler Angst davor haben, wo die Wissenschaftler besorgt sind. Wir dürfen nicht zu diesen Tipping Points kommen, wir dürfen nicht an diese Punkte kommen, wo diese Runaway-Effekte zu stark werden. Wir können bereits diese Prozesse sehen, noch ist es am Niveau, wo es schon schlimm ist. Gerade vor vier Wochen gab es im Paper Nature über Klimawandel. Die sagten, ja, könnte sein, dass wir uns verrechnet haben, also 100 Gigatonnen, weiß man nicht, ja, das mit den Tipping Points ist schwieriger, also die sind näher, als wir dachten. Ja, also das sind alles extrem beunruhigende Situationen, Fakten. Also, das sollte dazu führen, dass wir etwas tun und darum geht es, ne? Es muss etwas getan werden, aber was ist bisher passiert, nichts ist passiert, wenig ist passiert. Die Treibhausgasemissionen von 1970 bis 2010 nahmen zu, die ganze Zeit und nicht nur nahmen sie zu, sondern auch die Rate der Zunahme nahmen zu, also die nehmen immer schneller zu und die wesentliche Zunahme ist von CO2. Die anderen Gasanteile, Methan zum Beispiel und Stickstoff beispielsweise, also CO2 aus Agrikultur, aus Waldwirtschaft und so weiter, sind mehr oder weniger konstant. Es gibt manchmal da so kleine Spitzen. Das einzige Jahr in der jüngeren Vergangenheit, wo es mal eine Abnahme gab, das war 2008, die Wirtschaftskrise. Da gab es tatsächlich mal eine Abnahme von 4%. Ja. Also nichtsdestoweniger die Wissenschaftler haben gesagt, lasst uns berechnen, wie können wir das schaffen, unter 1,5 Grad zu bleiben. Nehmen wir verschiedene Szenarien an. Okay, manche sagen, nehmen wir 1,5 Grad als Grenze, manche sagen, nehmen wir höhere Temperaturen an. Später sind sie dann doch wieder auf 1,5 zurückgegangen, also man kann sich das zu verschiedenen Szenarien zurechtrechnen. Wenn wir jetzt also sagen, wir nehmen hier 1,5 Grad ohne CO2 Reduzierung, nehmen wir an, wir haben die nicht, ja, und nehmen eine exponentiale Kurve, wo wir jedes Jahr dieselbe prozentuale Abnahme erfahren von CO2 und wir wollen zu 1,5 Grad oder unter 1,5 Grad bleiben. Das sind die Kurven von 2018. Wir hätten anfangen sollen, also wenn wir 2019 angefangen hätten, dieses Jahr angefangen hätten, müssten wir jedes Jahr 18 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Wenn es um 2 Grad geht, dann sind es immer noch 5 Prozent. Wenn wir das für Deutschland machen, und ich denke, das ist die wichtigste Grafik hier, es ist nicht so wichtig, wie Politiker immer sagen, ja, dieses Jahr wollen wir unsere Emissionen bei über 50 Prozent reduzieren, aber das sagt einem nicht, was einem passiert, wenn man dann, wenn es dann 2030 ist irgendwann oder so. Also es ist wirklich wichtig, dass man im Hinterkopf behält, wir haben ein Budget, das ist irgendwann aufgebraucht. Es gibt tatsächlich auch ein Paper, das heißt globales Kohlenstoff Budget oder Budget und die publizieren halt jedes Jahr, wie viel Kohlenstoff wir noch übrig haben, was wir noch ausstoßen dürfen und wir nehmen dieses Budget und sagen, hey, das ist unser Budget, so viel haben wir, wie spenden wir, wie geben wir das jetzt aus, wie geben wir unser aktuelles Budget aus und das ist eine Frage, die wir alle Politiker stellen sollten. Warum denkt ihr, also alle Fragen, die uns gestellt werden, sind dann aber nur, warum denkt ihr, das ist ein Budget? Klein Science, Stefan Rammstorx beim Spiegel, er hat gesagt, lass uns davon ausgehen, wir haben ungefähr 7,3 Gigatonnen CO2 für Deutschland und wenn wir 1,5 Grad erreichen wollen, das wäre, wenn wir unseren aktuellen Anteil an den Emissionen weiterführen, was ungefähr doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt ist, dann, also wir, wir blasen wirklich doppelt so viel in die Luft, wie der, wie der, wie der, duft so viel in die Luft, wie der Rest, der durchschnittliche Mensch in der Welt, dann hätten wir immer noch ungefähr 7,3 Gigatonnen CO2 zu emittieren und für jeden Deutschen sind es dann 90 Tonnen und das, also, oder wir kommen dann letztendlich auf 40 Tonnen pro Person, also, ne, genau, 90 Tonnen, er hat sich versprochen, ja, also 90 Tonnen pro Deutschen und da kann jeder Deutsche auch sich selber fragen, ja, wie werde ich dieses Budget in meinem Leben ausgeben, so, ne, also, genau. Wenn man jetzt zurückgeht zu diesem Report aus dem IPCC von 2018, dann gibt es hier verschiedene Szenarien und wie man sehen kann, gibt es verschiedene Arten, das zu realisieren. Es sind verschiedene Wirtschaftsszenarien, man kann sehen, dass die meisten dieser Szenarien negative Auswirkungen haben an bestimmten Punkten, alle haben, also alle haben negative Auswirkungen, manche von denen schließen irgendwie die Lagerung von CO2 ein und abhängig davon, welches Wirtschaftsszenario man nimmt, ist das mehr oder weniger Einlagerung von CO2, also, hier geht es um ungefähr 20 Gigatonnen pro Jahr, die zum Beispiel im Boden gespeichert werden sollen, gelagert werden sollen. Dann hier geht es um agrikulturelle und Waldnutzung, also landschaftliche Waldnutzung. das ist ein ziemlich effizienter Weg, das zu machen, aber natürlich die, also, wir haben nicht unbegrenzt Erde, unbegrenzt Land auf der Erde zur Verfügung und deshalb ist der Bereich, den wir dafür nutzen können, immer wird auch immer geringer, auch eben durch den Klimawandel, auch das muss man im Hinterkopf bewahren, also auch das ist keine problemlose Möglichkeit. Die Grundlage aller dieser Szenarien haben Sie wieder in eine Tabelle getan, ich habe hier ein paar Bilder dafür rausgesucht, also, wenn wir 1,5 Grad erreichen, was müssen wir tun? Wir müssen eine Entkarbonisierung unserer Energieversorgung durchführen, und zwar rapide und schnell. Wir müssen sehr, sehr schnell unsere Energieversorgung umstellen, von traditionellen, herkömmlichen Quellen auf moderne nachhaltige Quellen. Wir müssen mehr absprachen, wir müssen mehr Forderungen stellen, wir müssen weniger verbrauchen, und zurückhaltender werden in der Nutzung von Dingen. Und der dritte Teil ist, wir müssen das innerhalb der nächsten 10 Jahre machen, wir können damit nicht warten, die Zeit dringend. Das ist wirklich, wirklich dringend. Das ist nochmal eine Tabelle, tut mir leid nochmal für die Tabelle. Aber die Hauptaussage ist, die Reduktion, die wir durch CO2 Emissionen erzielen können, auch andere Treibhausgase sind in diesen 2 Grad Szenarien enthalten. Wir müssen anders investieren, also müssen die Investmentziele ändern und mehr und stärker investieren. Die besten Optionen für das 1,5 Grad Szenario sind die, die über eine nachhaltige Entwicklung nachdenken, weil wenn Leute kein Essen haben, keine Nahrung haben, haben sie keine Möglichkeit, sich um das Klima zu kümmern, weil das Erste, was sie machen, ist zu versuchen, zu überleben. Also müssen wir auch darüber uns Gedanken machen und müssen uns Gedanken darüber machen, wie können Menschen auf diesem Planeten weiterleben. Das hilft dann auch wiederum, das Klima zu schützen. Und dann sagen sie, ja gut, wir müssen wahrscheinlich über Einlagerung von Kohlenhydrodioxid nachdenken und da haben sie jetzt vielleicht auch schon was überlegt und wir müssen von fossilen Energiequellen zu modernen nachhaltigen Energiequellen im Endbenutzerbereich auch umstellen. Ich möchte jetzt über CDR sprechen, also über die Einlagerung von Kohlenstoffdioxid oder ja genau es gibt verschiedene Optionen dafür, das eine ist halt eben durch nachhaltige Waldwirtschaft oder durch nachhaltige Landnutz zum Beispiel ja auch irgendwie durch Wasserkarbonisierung dann gibt es natürlich die Biomasse also wir wollen Gas produzieren das dann verbrennen und das CO2 einfangen und was wir natürlich auch machen können ist dass man die Luft einfängt und ja irgendwo dann einlagert das sind Maschinen die das machen für also sie saugen CO2 aus der Luft und das muss man dann irgendwo einlagern und solche Maschinen hier das sind Modelle aus dieser Zeit also das sind existierende Modelle aus dieser Zeit und ja die können 1000 CO2 Tonnen CO2 pro Jahr einsaugen also wenn wir nach Gigatonnen gehen müssten dann müssten wir Millionen dieser Maschinen bauen und ja das skaliert natürlich nicht das Problem ist auch was auch in diesem Report also Lackner aus 2015 diskutiert oder besprochen wird ist dass also eine Energienutzung von ungefähr 12,9 Gigajoule pro Tonne CO2 also wenn wir wenn wir 50 Tonnen 50 Gigatonnen CO2 pro Jahr einlagern wollen was halt eins der Szenar ist müssen wir ein Viertel der globalen Energieversorgung benutzen nur um atmosphärische Müll Atmosphäric Waste Management zu betreiben und ein lustiges Anekdote war wir hatten einen Professor bei uns in der Universität in Oldenburg und der hat uns diese Präsentation vorgestellt und ja das klingt einfach verrückt aber der Klimavanoll wird dir so sehr wehtun wahrscheinlich wird es darauf hinaus laufen obwohl es so verrückt klingt dass wir Kohlen Dioxide oder Luft absaugen es wird dazu kommen und ja die andere Möglichkeit wäre das mit Biomasse umzusetzen und wenn wir das in großen Skalen umsetzen wollen dann würde das viele viele also riesige Mengen an Landnutzung einschließen um diese Biomasse zu produzieren und der andere Nachteil ist wir müssen natürlich auch irgendwie um die Lagerung uns kümmern und also wir wollen ja verhindern dass das Gas wieder dann freigesetzt wird und CO2 hat natürlich eine höhere Dichte als zum Beispiel Sauerstoff und bleibt also auf dem Boden wenn es keinen Wind gibt und wenn Leute dann da leben dann haben sie nichts zum atmen weil kein Sauerstoff mehr da ist es gibt natürlich verschiedene Sektoren das ist zum Beispiel eine Grafik für die EU wo die Treibhausgase herkommen der natürlich Ackerbau und Landwirtschaft dann ist ja auch noch das Transportwesen die Energieindustrie natürlich auch noch andere Industriezweige die hier vorgestellt werden und es ist wichtig dass man im Hinterkopf behält dass es nicht gleich in verschiedenen Ländern und es ist aber aber es ist es auch es hängt auch stark davon ab wie viel Einkommen die Leute haben in den jeweiligen Ländern also die Länder mit hohen Einkommen haben auch den größten Anteil in den CO2 Emissionen und die ja also die wachsenden Länder sind mittlerweile fast am gleichen Schwellwert angekommen wohingegen Länder mit niedrigem Einkommen haben auch niedrige CO2 Emissionen höchstens vielleicht von der Landnutzung von der Landwirtschaft also können wir es überhaupt 1,5 Grad erreichen ist eine gute Frage es hat viele Studien gegeben zum Beispiel für Deutschland und auch ein paar für die Europäische Union und zum Beispiel über die Energieinfostruktur oder über das Gesamtszenario eine Studie aus diesem Jahr hat sich angeschaut 95% CO2 Reduktion bis 2050 eine Studie die aktuell erst veröffentlicht wurde für die gesamte Europäische Union mit den also eine treibhausgasneutrale Europäische Union offensichtlich gibt es die Annahme dass das möglich ist aber der große Punkt dabei ist dass wir deutlich effizienter werden müssen dafür Elektrizität benutzen müssen weil Elektrizität sehr effizient ist momentan verbrauchen wir 3200 Terawattstunden insgesamt in Deutschland und in 2050 also wenn man jetzt 90% Reduktion betrachtet werden jetzt 1320 Terawattstunden und bei der anderen Studie waren das sogar weniger also 1008 Terawattstunden also Gründe dafür ist dass zum Beispiel die Effizienz von batteriebetriebenen Autos deutlich größer ist als bei Verbrennungsmotoren also es kommt wirklich darauf an wie man Energie benutzt auf dem Level der kompletten EU sieht das ungefähr so aus also mit Nachfrage und Angebot also die Reduktion ist nicht ganz so groß aber es ist so wir können diese Reduktion erreichen wenn wir wollen also diese Statist diese Paper waren jetzt nicht 100% CO2 Reduktion also in diesen Berechnungen waren verschiedene Sachen also ich mag besonders diese Robinius Berechnung weil da so verschieden alles reinläuft und das ist sehr detailliert diese Studie sehr gute Studie also es ist theoretisch möglich es gibt das die Frage was passiert in der sogenannten Dunkelflaute also eine Periode ohne Wind und ohne Sonne im Winter und es gibt diese Annahme dass wir sehr viel Speicher für Gas haben und wir können diese Speicher nutzen strategisch und dann können wir das als Backup nutzen also theoretisch ist es möglich also als Zusammenfassung das Klima ist schon an einem kritischen Punkt schon die Aussichten bei 1,5 Grad wärmerer Erde sind bitter und der IPCC Report versucht zu zeigen dass schon also 2 Grad wirklich sehr sehr schlimm ist und also Karbon Kohlenstoff Dioxid Removal ist also was wir auf jeden Fall tun müssen ist schnell handeln also egal was wir müssen wirklich unglaublich schnell handeln und es tut mir leid aber unsere Regierung also es ist kein technisches problem es ist ein politisches ok jetzt kommen die fragen vielen dank an den sprecher gibt jetzt acht minuten für fragen es gibt eine frage aus dem internet siehst du nukleare energie als zwischenlösung und es gab die antwort man braucht über zehn jahre um neues nukleare powerplan zu bauen die diskussion ist tatsächlich eine momentan geführte aber ein problem ist dabei dass man die kraftwerke nicht einfach die alten nicht einfach wieder anschalten kann man muss die irgendwie wieder anschließen an das system und dann gibt es halt sicherheitsfragen und probleme und wenn man die verhindern umgehen möchte dann muss man sehr viel geld und zeit und effort da rein bringen dass man alte nukleare kraftwerke wieder zum laufen bringt und ich denke es gibt bessere wege also man könnte das tun also wir wissen was die risiken sind nach fukushima und schernobyl ich würde sagen es ist wahrscheinlich nicht der beste und schnellste weg ja vielen dank für ihren informativen vortrag meine frage ist die folgende es gab an der universität ein vortrag vor anderthalb jahren an der universität dammstadt wo jemand die ipcc vorhersagen verglichen hat mit den wirklichen entwicklungen temperatur und den wirklichen schäden durch klimawandel was der report herausgefunden hat ist dass der ipcc fast immer die effekte und auch die erhöhung der temperatur unterschätzt hat haben sie von dieser kritik gehört denken sie das ist immer der fall ja ich hoffe nicht das problem ist natürlich dass das ipcc oder dass die ipcc reports berichte immer sehr vorsichtig vorsichtige entscheidungen sind und sehr sorgfältig sich das alles anschaut sie sind sehr konservativ und irren eher auf der konservativen seite und deswegen sind die vorhersagen oft auch niedriger als sie dann wirklich sein werden einfach auch wegen des politischen druckes und wenn sie zu hohen temperaturen vorhersagen würden gäbe es sofort die kritik dass die wissenschaftler hier panikmache erzeugen würden deswegen deswegen bleiben sie eher unter den vorhersagen unter obwohl sie so genaue vorhersagen wie möglich treffen ja das genau das habe ich auch gehört am ende des tages ist es eine zusammenfassung für die policy makers für die politiker tatsächlich haben auch regierungsorganisationen hier mit gewirkt und auch für diesen bericht gestimmt also sie bringen die mit hinein lassen die mit arbeiten und auch die regierungen müssen diesem bericht zustimmen deswegen ist das am ende sehr diplomatisch formuliert und umso mehr ist das also ein grund zu großer sorge und umso zuerst vielen dank für den talk eine gute stimmung ist jetzt vorbei wenn sie das als politisches problem sehen haben sie irgendeine idee wie man politiker dazu zwingen könnte die richtigen entscheidungen zu treffen weil scheinbar reicht es nicht wenn wir wählen und protestieren tatsächlich bin ich recht froh weil ich denke dass proteste tatsächlich funktionieren aber nicht genau so wie die leute die protestieren denken das bringt tatsächlich viel druck auf politiker und das bringt politiker dazu zu gucken welche sind meine wähler und wenn die jetzt nicht auf den straßen stehen dann ist das vielleicht nicht ganz so viel druck aber wenn man also aber ich denke trotzdem ein wichtiger punkt ist auf die Straße zu gehen und auch mit den Leuten zu reden also besonders mit denen die nicht auf der Straße stehen jetzt also die potenziellen Wähler von denjenigen die denken ich muss mich da jetzt nicht drum kümmern weil meine Wähler stehen da ja nicht also geht raus und sprecht also damit der Druck erhöht wird mit den Leuten die auf die Straße gehen um den Druck auf die Politiker zu erhöhen und wir haben hier Angela Merkel also unsere Kanzlerin und sie ist Physikerin also sie weiß das sie versteht das es nicht so als ob sie das nicht wüsste es einfach nur dass der Druck von der falschen Seite kommt Ja und wir haben Zeit für eine letzte Frage bitte von Mikrofon 3 Ja danke auch von meiner Seite für diesen sehr informativen Vortrag von der Beschreibung hatte ich mehr über ja über die ja über den Klimaskepsis und über die Zurückhaltung und über die Argumente davon da hätte ich Sie kritisieren nicht den Klimawandel aber sie kritisieren dass das der menschgemachte Klimawandel ist oder sagen dass es halt einfach ein normaler Anstieg an solare Aktivität ist und damit die Anstieg der Temperatur einhergeht und dass dieser Diagramm auch nur von 1860 anfängt und wenn man jetzt die letzten Jahrtausende anschaut dann werden da auch höhere Werte an CO2 in der Atmosphäre festgestellt aber die Temperaturen korrelieren nicht also wie kann man solche Argumente abweisen das ist eine gute Frage ich bin jetzt nicht drauf eingegangen weil das sind manchmal die einfachen ja die Sache ist die ich habe diesen Vortrag auf diese Weise gemacht weil wenn man jetzt in also wenn jetzt Klimas Skeptiker sowas sagen und die sagen viele verschiedene Sachen und wenn man jetzt einen ganzen Vortrag darüber macht was Klimas Skeptiker sagen dann am Ende behalten die Leute im Hinterkopf oh ja da gibt es Skeptiker aber das ist nicht das was wir wollen ich habe viel über viele dieser Sachen gemacht weil wenn man das gesehen hat können Leute raus gehen und sagen hey das ist der Stand der Dinge da stehen wir momentan ich bin jetzt nicht in dieses Klimaskepsis Thema eingegangen auch wenn es natürlich also ja ne Sonnenstrahlung ist in allen Klimamodellen eingebaut die Variation von von Jahrtausenden bevor sind sind auch schon in den Klimamodellen einberechnet nur wenn man in der Lage ist das nachzubauen in Klimamodellen heutzutage oder in der Vergangenheit wenn man nur wenn man dazu in der Lage ist ist man auch in der Lage das Vorhersagen für die Zukunft zu treffen und das ist wie Klimamodelle funktionieren also all diese Variationen die sind schon alle berücksichtigt worden also tut mir leid aber wir können da auch später nochmal in Ruhe übersprechen ich bin da jetzt nicht so darauf eingegangen es tut mir leid ja wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen vielen Dank das ist ein Applaus und das war die deutsche Übersetzung